Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Stickfight-Kampf der Giganten. Boah, Gott. Das ist eine schöne Anmoderation. Hab ich mir auch noch gedacht. Ja, also wie ihr schon hören könnt, Jakob ist wieder da am Stand. Ja, hallo. Oh, come on. Und wir spielen mal wieder ein Stickfight, haben wir uns gedacht. Scheiße. Oh Gott. Was, ein langes Battle gerade. Nein. Oh mein Gott, hat das gerade eben lang gedauert. Oh, also ja, Jakob und ich dachten, wir nehmen mal nochmal eine Runde Stickfight auf. I mean, why not. Och du Pisser. Ach, was ein Wurf. Och, come on. Dinger sind so schlimm. Fick dich. Alter, ich schnauze. Habe ich gefühlt nur Schlangen. Sachen gar anlege. Doch. Hä, hast du nur Schlangen an? Nein. Oh, fick dich. Oh, fick dich. Oh, hab ich mich noch gesaved hab. Nee, nee, das müsste doch alles anwenden. Nee, ist alles an. Okay, ja, dann komm. Hey Sven, ich dachte, du fällst runter, aber nein, ich falle runter. Nein. Nicht mal oben. Trauriger kann man noch nicht mal sterben. Wirklich echt, das ist schwer zu überbieten. Oh, jetzt wenn ich so viel gesaved hab. Jawohl, kill dich selber bitte durch den Rückschluss. Jein. Oh, was? Ich dachte, du verliert, deswegen der OZ. Ja, die Schlangenwaffen macht dir keinen Hits. Nur die Schlangen. Ja, aber du hast von den Schlangen auch recht viel bekommen. Ich krieg dieses Level nie wirklich hin. Das wär jetzt wirklich fast das erste Mal. Und nein. Wie traurig ich einfach runterfalle. Biss um. Aua. Oh, aua. Bitte nicht. Alter, Verwalter. Das ist ein richtiger Alman. Nein, nicht schon wie ein richtiger Alman am Start hier. Alter, Verwalter. Kann ich dich killen, bitte pissen, bitte? Nein, bitte einfach nicht. Ja. Was? Ich hab dich gekillt und ich hab dich gestoßen. Ach, jetzt wird's mich schon wieder verarschen. Drittes Mal. Dieselbe Map in vier Games. Also langsam wird's dann echt schon lustig. Nein, wie du dich gesaved hast. Kann es sein, dass du du bist? Das musst du in Zeitlupe einlenden. Du Bastard. Alter, da kann man ja fast nichts sehen bei deinem Self. Pfff. Aua. Du mit deinen Spams. Ja. Alter. Dein Schuss plus Rückstoß. Ich hab so deine Haare getroffen oder so. Und du wurdest runtergestoßen. Einfach nur. Ja. Nein. So wie ich vorhin. Ja. Ich würd's dir nicht empfehlen. Aua. Man hat noch nicht mal gesehen, wo er hin ist. Ja. Ich hab schon ja gemacht, jetzt 10. Ernsthaft. Ja. Gleichzeitig. Ey. Das ist halt gleichzeitig runtergefahren. Hast du irgendwas mit deinem Mikro gemacht? Äh, nein. Wieso? Hörst du mich anders? Ich höre dich gerade viel lauter. Okay, ne. Alles nicht. Ja. Ja, als wenn du da durchgefallen bist. Lol. Durch dieses Eis war ich so schwer. Ah, okay. Lol. Das wusste ich ja gar nicht. Nice. Hm. Na komm hoch. Nein. 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 Ja, komm mal zu. Die schlechteste Waffe. Jawoll. Oh. In den Hintern. Auf den Bobbes. Bobbes. Ja. Was war das? Du hast dich, glaube ich, von dem Rückstoß hast du dich irgendwie selber nach außen gefördert, ne? Ja, aber ich konnte, ich habe gerade gar nichts gedrückt und ich habe trotzdem geschossen. Magic. Oh ja. Was war das? Ich dachte, ich wäre blau. Ja, ganz ehrlich, das war ja schon beinahe ein Troll, ne? Also so, ein Troll. Genau. Troll. Weil ich meine, guck mal, ich mache es so, als würde ich dich killen, springe über dich durch das Ding und du stirbst einfach an dem Ding. An diesem... Okay, lol. Hast du mich geworfen? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Bei mir leckt es nur ein bisschen. Boah. Hütter. Was in die Fresse. Was für ein Hit. Nein. Das Wichtige ist hier, das ist dann zwar, wenn du hittest. Woran bin ich jetzt gestorben? An den Fässern. Was? Daran kann man sterben? Wir sind ja alle in die... Ja. Wir sind ja alle in die Fresse explodiert. Echt? Ich habe gar keine Explosion gesehen. Ich habe es auch nur ein ganz bisschen laggy, ne? In der Tat. Das Game. Was? Ne. Matrix, Alter. Ne, ne, ne. Bist du so hart, One-Hit? Ich muss nur ein Hit landen. Safe. Ja, okay. Nein. Du hast two hits. Oh, ja, ja, ja. Das ist kein Waffenlevel. Alter. Oh, oh, ich habe überhaupt nicht registriert, was ich gerade tue. Das ist ein Dong-O-Pan. Muss ich ehrlich sagen. Du bist so ein Dulli, Alter. Keine Waffen, ich gehe einfach so auf dich los. Ja. Oh. Jawohl. Was? Ja. Skill ist er. Das war echt lustig. Oh Gott, eigentlich hätte ich das nicht gedacht, dass ich das hier sage. Dein Skill war eben echt heftig. Das hättest du nie gedacht, dass du das sagst, oder? Boah. Da durchkommen wir auch. Okay. Au, au, au. Sorry. Ich baller dir das Ding in die Fresse. Sorry. Arme Alex. Arme. Oh Gott. Pack dich durch. Ja. Nein. Das wäre sogar, wenn ich mich jetzt durchgepackt hätte. Irgendwie haben wir es heute auch echt mit den Schnee-Levelin, kann das sein. Was hast du? Klar. Er kriegt die Ozean und ich kriege ihn. Ja, siehst du hast gewonnen. Ich gebe trotzdem. Ja, sei denn. Das hat ja nichts. Ja, sei denn. Ja, sei denn. Ja, sei denn. Ja, sei denn. Spass dich. Ich wollte die Schneeflocke wegmachen. Einfach nein, bitte? Ich darf ihn. Nein. Wenn du hochsprings, rasiere ich deine Haare. Oder nicht? Ich habe mich mit meinem Kleber an der Diegel gerettet. Alter. Das war's. Das war's komplett. GG, Alter. GG. Ich muss dich doch noch ein paar Mal hinten. Was? Och, Mann. Dieser Überhans. Dieser Überhans, habe ich gerade gesagt. Ja. Sympathisch. Alter, ein durchlieber Tod. Was ein trauriger Tod. Was? Ich triggere dich jetzt komplett. Au. Aua. Meine Revolver backt. Jawohl. Meine Revolver hat gebackt. Das liegt am Controller. Tastatur war schuld. Ja. Hau doch ab mit deinem scheiß Dash-Dagger. Wo bin ich jetzt? Oh. Ja, wo ist er denn? Ist das dein Ernst? In den Arsch. Alles klar. Schön die Flinte holen. Die Flinte auspacken und dann kommst du. Die Flinte auspacken, okay. Angekommen. Ja komm, es ist nur dann zweideutig, wenn du es so verstehst. Ja. Warte, ich kann dich auch so kämen, ne? Wenn ich jetzt gut schieße. Was? Wie du weggedivet bist. Nein. Aua. Ja, come on. Wie du auch wegged... Alter, der eine ging mir noch voll in die Fresse. Weil du vor allem so drüber weggesprungen bist, ne? So richtig... Ohne es zu ahnen, wo du kommst. Scheiße für dich, gell? Ich kann halt hier das Eis kaputt machen. Oh, aua. Warte, kann ich doch mal so ein Stück Eis runter schmeißen? Nein, ich darf nicht lachen. Ja. Was kannst du eigentlich? Alex, ist das jetzt dein Ernst? Dass du daran gestorben bist? Aua, ich krieg so oft Schmerzen. Okay, komm. Noch zwei Runden, oder? Boah. Diese Pistol verstehe ich nicht ganz. Die One hittet nicht, aber sobald man jemanden hittet, ist sie weg. Oha. Nein, gib mir noch die Flinte. Nein, bitte. Erbarmen. Wenn du hochkommst, gibts den hier. Oh, was ein Headshot. Bitte. Lass Gnade weit. Oh, Läh. Okay, komm. Letzte Runde. Wieso, ey? Darf ich das nicht? Ey. Oh, wie du weggesprungen bist. Ich hab dich vorhin noch abgeworfen. Nein, wer jetzt das Dash-Digger kriegt, der gewinnt. Nein. Wie, ich vom Dash-Digger ausging. Ich schau an die Lava. Okay, Freunde, das war's mit der Runde Stickfight, mit diesem grausigen Lava-Tod. Lass doch ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Dann spielen wir das gern nochmal. Also, doch. War nur in dem Tod. Das würde ich auch schon verstanden. Also dann, Freunde, macht's gut und ciao, ciao.